In Japan gibt's ne fucking Autobahn, die einfach durch ein Haus fährt. Ja. In Japan ist halt auch Japan. Da gibt's auch ne fucking Bahn, die einfach durch ein Haus fährt. Da gibt's alle, da fährt alles durch ein Haus, Alter. Ja, die haben da doch gar keinen Platz mehr. Ja, das ist halt... Ich wollt grad sagen... Das ist irgendwann voll. Nimm so Bahn in der Autobahn. Du wohnst genau über ne Autobahn. Die wohnen genau da drüber. Das sind Wohnungen, Alter. Erstmal über die Mitte hier reingehen. Du wohnst über ne Autobahn, ey. Meine Fresse. Ganz ruhig, Leo. Was macht man, wenn da ein Crash ist auf dieser scheiß Autobahn? Kriegst die Autos dann nicht mehr raus. Hab ich leider nicht gesehen. Wiese Leute. Egal. Sprachenlernen Bubble. Weißt du, warum ich weiß, dass die Senna ein schlechter Spieler ist? Jetzt kommt's. Weil sie David im Namen hat. Was? Oh. Überlastend. Oh. Oh! Ah, schon wieder unfairer Teams hier. Ich war irgendwie... um. Langsam ist meine Mauer richtig dick. Oha. Oh lol, ey, grüß, oder? Ach, Niederländer. Da kommt Niederländer. Ich komme, ich komme. Warst du dich jetzt nicht rum? Natürlich. Es kann nicht anders sein, wie es anders sein soll, ne? Lass mal nicht so weit vorne stehen, wenn wir keine Vision haben. Boah, was ein guter... Toll. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Sag mal, was habt ihr eigentlich alles so Salz geschnupft? Meine Fresse, ist ja anstrengend mit euch. Wollen wir da rein, weil er ist noch nicht sechs. Ja, okay. Nicht du mit deiner E. Wie soll ich das sonst engagen? Soll ich den doof angucken, oder was? Du sollst gar nicht engagen, Alter. Du bist so raka. Sollen wir da rein? Was soll ich denn machen? Oh mein Gott. Dich anfeuern, oder was? Bisschen Spielverständnis. Ja. Jetzt gehen wir mal. Ich sehe schon DC. Komm her, Chris. Nein! Boah, ich bin gleich tot. Die E geht jetzt auch auf Spells. Genau. Oh. Ich. Wo ist denn Spells? Also, dass ihr da hingeht. Ich probiere jetzt einfach nur den Tower nicht zu verlieren und das war's. Ja, hast du ihn schon angeleint? Nicht, dass er wegläuft. Digga, unterm Tower, wenn ich eins kann, dann ist es mit dem Tower spielen. Ach, schön, Laiosch. Das ist jetzt eventuell nicht das, wo man stolz sein sollte, aber... Spiel die so, Skat. Brauchst du hier gar nicht anfangen, hier zu texten. Ich texte nicht. Neh mir nur ein bisschen Farm. Kannst mir mal die Koronnes lutschen. Wenn jetzt das zu weit kommt, dann gibt's auch... Ja, ich wusste es! Ja, jetzt noch das Geld vom Plating schnorren. So, so, das sind wir die Liebsten. Na, dann geh ich halt. Wenn du den Flashpredict nicht reinnimmst ins nächste Video, ne? Weil die macht langer Sitzung. Aber hey, ich hab hier Free Farm. Oh mein Gott, Schrot. Ach, mit schlechten Jungle Picks kennst du dich damit aus. Du meinst mit orientalischen Jungle Picks. Was heißt denn jetzt orientalisch? Exotisch, mein ich. Geil! Geil! Sehr geil! Oh, hättest du noch ne Minute überlebt, hätt ich dich ulten können. Danke. Nicht schlecht. Äh, gut. Ja, ja, ich bin da, Baby. I've got you. Und jetzt renne ich hier ganz unauffällig wieder raus. Ich, ich, ich hab dich auch. Oh, du Bärhalter, David. Oh, sweet. Ich bleib mal hier stehen. Oh schade. Oh Jungs das ist der Lee Sin Carrey hier. Ich hab das Gefühl die hat Lust auf mein Ass. So ich bin Base, ne? Sterb mir nicht. Ja nimm du. Dann nehm ich den auch, du Wichser!